Die NPRESS Multimedia Digitalpresse mit dem patentierten Enterprise High Speed Envelope Feed System bietet Benutzern die erschwingliche Digitalisierung und bedient die Nachfrage nach schnellem Farbdruck. Enterprises bahnbrechendes Design hat einen geraden Transportweg für schnellere und reibungslose Zuführung. Die komplette digitale Lösung wird angetrieben durch den IQ Simply Brilliant Adobe PostScript PDF Workflow. Der präzise Spot-Farb-Abstimmung bietet fortschrittliche variable Datenfähigkeiten, Vollimposition, intelligente fortlaufende Nummerierung, tausende gebührenfreie gebrauchsfertige Vorlagen und so viel mehr. Die NPRESS druckt auch auf den schwierigsten Medien, einschließlich folgender. Sie kann auch auf Tonpapier drucken und auf Medien von 89 auf 89 mm bis 330 auf 1260 mm. Diese Maschine hat die Kapazität bis zu 4000 vollfarbige Umschläge pro Stunde mit variablen Daten bei niedrigen Kosten pro Stück zu drucken. Sie ist ausgestattet bei hoher Auflösung in außergewöhnlicher Schärfe, Klarheit und Farbqualität zu drucken und dies wasser- und laserfest. NPRESS gepaart mit IQs Fähigkeit, jede Spot-Farbe zu generieren, die mit CMYK erstellbar ist und Xanthes patentierte Ride-On-Farb-Abstimmungstechnologie stellt eine einfache Handhabung sicher mit stets präzisen Ergebnissen. Die revolutionäre digitale Multimedia NPRESS mit integriertem Platemaker 8 Polyester CTP System. Speziell für kleinere Druckereibetriebe geschaffen, ist diese Lösung schnell, chemiefrei, von hoher Qualität bei langer Lebensdauer, kostengünstig und alles ist in ihrer NPRESS enthalten. Adobe PostScript PDF ist im Kern von IQ und ist vollgepackt mit erstaunlichen Bildbearbeitungsfunktionen. Alle diese Funktionen werden bei jedem Xanthes-Drucksystem mitgeliefert und können in unbegrenzter Anzahl von allen Mitarbeitern in ihrem Betrieb benutzt werden. Das Drucken variabler Daten läuft ohne die Verlangsamung, die mit dem Druck von großen Postsendungen verbunden ist. IQ platziert die variablen Daten, interpretiert intelligent Mail-Barcodes und beginnt den Druck in Sekunden statt Minuten. IQs fortschrittliche Automation mehrteiliger Formulare erlaubt variable Daten, fortlaufende Nummerierung, aufgelegten Stapeldruck und Barcodes. Bietet also jedes Tool für maximale Wirtschaftlichkeit. Kreieren Sie schnell und einfach mehrteilige Formulare, Nummerierung, Nummernüberspringen oder Wiederholen, Nullpolsterung und Text einfügen. Die NPRESS wurde geschaffen, um Ihnen Zeit zu sparen und Geld zu verdienen. Sie ist ein ganzer Printshop in einer Maschine. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.